gott verdammt was gott verdammt hast du jetzt umsonst den stream beendet ich wollte bei dominos bestellen die haben vor zwei minuten zu gemacht ach so 23 uhr da bist aber gut aufgestellt dafür dass du jetzt ja auch nicht in der großstadt lebt glaube ich das tut mir aber leid dass du zu keinen so was wie ein spätdiener nähe oder so irgendwas anders wird er noch liefern ich glaube auf höhe von den genomen habe ich wirklich mit allen geredet ich könnte jetzt zu magnus gehen ja mit der in der kneipe war ich auch schon das ist doch mal wo wollen wir denn hin zivilisten haben hier nichts verloren wer hat dich hier reingelassen andere wächter haben mich eingelassen das tor war auf und ich ging durch zum teufel lassen wir jetzt schon jeden auf unser gelände offensichtlich muss ich mit dem wachtposten am tor ein ernstes wörtchen reden ich bin hier um mit den magiern zu sprechen das ist mir völlig egal hier habe ich die verantwortung also sprichst du erst einmal mit mir was will jemand wie du wirklich hier auf taranis mit 65.000 einwohnern aber ja ich bestelle nun beim zweitwichtigsten ich mache alles vom dünner bis chinesisch schnitze und chinesisch schnitze und pizza lieferanten ja solange du fündig wirst ist doch alles im grünen bereich es könnte schlimmer ach zwielichtig nichts weiter im zwielichtigen ok wünscht dir ich wünsche ich dein magen viel erfolg glaube ich aber da du da tatsächlich bestellt wirst du glaube ich schon wisst was da kommt wir stehen auf derselben seite und das soll ich dir glauben komm schon ich habe für den unsinn keine zeit ich will die schatten bekämpfen und brauche dazu eure hilfe du willst mit uns gegen die schatten kämpfen sagst du na schön dann überzeuge mich wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle zeit verschwenden also den magen verdorben habe ich mir da erst dreimal wird schon ja irgendwann muss er sich daran gewöhnt haben man muss nur oft genug das falsche machen dann wird es richtig oder so so geht das doch oder ja und ich habe gerade erst wieder realisiert dass diese kack rüstung weg ist und ich freue mich jetzt wieder darüber ich habe einem wächter namens ramon geholfen na schön das kann sein ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen da musst du schon etwas besseres vorbringen fremder ach dass ich weiß dass ein wächter namens ramon gibt reicht nicht ich habe horos einen eurer kadetten vor der inquisition gerettet wieder dieser horos der bengel bringt sich ständig in schwierigkeiten gut du hast ihn gerettet aber ich fürchte das überzeugt mich noch nicht ich biete euch wächtern meine hilfe an nimmt sie oder lasst es nein ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig hier im lager habe ich schon alle hände voll zu tun und dann wären da noch die minen solange ich keinen rapport über den zustand meiner minen habe habe ich keine zeit für weitere dinge minen ich dachte es wäre nur eine und wenn es nichts wird habe ich zumindest eine ausrede fürs familienfest am freitag ja dann kann ja quasi nichts schief gehen oder satt oder ruhe ich hoffe trotzdem dass es drin bleibt ehrlich gesagt für dich wer ist der mächtigste magier hier das ist der schirmherr dieser kolonie der ehrenwerte magier zacharias ok wo finde ich diesen mann er ist mit seinen forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden wenn du mehr darüber wissen willst sprich mit meister erasmus er ist die meiste zeit in den oberen stockwerken der großen halle zu finden 9 cent unter dem mindesten stellwerte dann wird so noch ein tipp oder so ich was daraus er kann ich fast vorstellen zacharias klingt so klischeehaft ne also gar nicht erhaben oder so klingt einfach nach einem 08 15 fantasy magier schwach heißt dass ich darf mit den magiern in der großen halle sprechen wenn du mich so fragst nein besser du bleibst hier draußen die magier in der großen halle hatten in den letzten tagen schon genug ablenkung war ja klar nicht dass noch alles in die luft liegt wenn ich mit einem magier rede euer schiff da draußen fährt das auch mal aus auf dem meer ist gerade die hölle los dann ist es besser dass es da bleibt wo es jetzt ist was unternehmt ihr gegen die schatten hier auf taranis ich weiß dass sie schon jetzt angefangen haben die insel zu erobern aber ich habe zu wenig männer um mich darum zu kümmern einer dieser schatten lords hat nicht weit von hier sein lager aufgeschlagen ein schatten lord hier auf taranis wo ist er er ist über den seeweg im westen der insel gekommen dort wo sich die sonne verdunkelt und die umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht beginnt sein herrschaftsgebiet also sei vorsichtig und komme ihm besser nicht zu nah wie kommt ein schatten laut dann über seeweg also die haben sie setzt crowley ab oder was das wäre richtig umiert aber da die von ohne von natur aus doch schon schweben stell ich mir zu dass du einfach tausende von kilometern übers wasser geleitet oder was ja und ich habe gerade hier zu magnus linken und uns aus seiner rechten ein gnom mit hut gesehen der hut kam mir ein bisschen bekannt vor ich bin schon voller vorfreude auf diesen genommen ich kann mich um deine minen kümmern kommt nicht in frage ich habe schon meine männer mit der aufgabe betraut und wie ist der stand ich warte immer noch auf den bericht seit tagen naja klingt so als hättest du alles im griff schön du hast gewonnen du kriegst den job gegen die minen und sie nach was zum teufel da los ist die in die minen wenn ich das bereuen muss das waren 9 euro nicht 19 was soll ich denn für 25 euro fressen ja ich würde dann vorschlagen beschätzt gleich einfach mal und fließt es ein dann hast du was für nächstes mal jetzt nicht das was ich tun würde aber ich kann mir vorstellen dass du das tun würdest weil ich würde einfach doppelt fressen und da fahr ja ich liebe die gnome von diesen zwei und drei so sehr dass die sind so toll eine sache noch wegen der minen ja mir fällt gerade so auf war dass der mal bei 2 gesagt dass die diebes inseln die es hier ist es kann sein dass die nur sind rein die es hier ist weil die hat bis jetzt glaube ich noch keinen zweck erfüllt story technisch und ich konnte aber schon hin und die gnome da haben sie auch echt nicht gut gemacht die waren sehr schwach die auf allen anderen inseln sind sehr authentisch nomisch halt die machen doch nur tiefkühl kacke tiefkühl kacke wieder einfrieren ist doch weird ist voll okay kann man machen oder du packst es einfach so in kühlschrank wenn du weißt dass es morgen oder übermorgen weg schnabuliert wie viele minen gibt es hier auf taranes die kristallvorkommen auf dieser insel sind ziemlich weiträumig verteilt ich vermute man müsste insgesamt vier minen erschließen können den eingang einer der minen findest du direkt hinterm lagerhaus unserer siedlung hier eine mine ist unweit von hier im norden der insel eine weitere ist ungefähr in der nördlichen mitte der insel und noch eine soll irgendwo in der nähe des hafens im süden sein sicher bin ich allerdings nicht bisher haben wir nur die ersten drei sicher gefunden ich hatte in der nähe von einem ausbildungsbetrieb einfach so einen chinesischen imbis das war richtig wird neben der speisekarte hing so ein zettel und der hat einfach immer vermied also das machen mal eine ganz andere variante von zwielichtigen wir machen alles und guten abend und können schön dass du wieder her gefunden hast ich habe manchmal das gefühl dass du nur auf mich wartest aber reagier da bitte nicht drauf ich werde glaube ich sonst nur enttäuscht was genau brauchst du von den minen ich brauche einen bericht von dem verantwortlichen der jeweiligen mine die magier liegen mir schon seit tagen damit in den ohren sie warten auf ihre kristall lieferungen also tun mir einen gefallen und bau keinen mist klar jetzt frage ich dem was steht seit wann ich bin ja so abwesend ich check gar nicht dass sie auf einmal in welcher zwischen uns steht warum hat sich jetzt ein kinder menü dazu bestellt ja gut kann ich etwas von dir lernen du bist kein wächter also darf ich dich nichts lehren ich werde dir keine dinge beibringen die uns wächtern vorbehalten sind aber ich denke ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem wenn du etwas bestimmtes wissen möchtest frag mich einfach umsonst mache ich das allerdings nicht wenn wächter müssen bei der wädie mit dem gamestar easter egg sein was für ein gamestar easter egg und tatsächlich hat und kann den ganzen abend selber gezockt das ist auch schön das freut mich richtig darf ich fragen was machen jetzt nicht du musst jetzt deinen deine gothic run serie knacken bring mir etwas bei was möchtest du wissen ja was möchte ich dann wissen nach das übliche kämpfer zeug ja erstmal die ausweich rolle habe mich erschrocken dass da die drei wächter stehen so dass hier ist wahrscheinlich wieder kneipe ja aber roderich vetra neo das klingt sehr cringe ich habe elix 1 noch mal angefangen ja da bin ich auch nicht mehr weit von entfernt den cox ich kenne die gar nicht war doch schon in der kneipe drin sag mal die wäsche ist noch nicht fertig komm später wieder ja bitte noch ein sprecher mit der stimme von matt also dem lösen 3 matt und ich ja ich habe mit so einer bemerkung schon gerechnet es war mir schon ein bisschen unangenehm als ich es ausgesprochen habe ich dachte ja das da habe ich doch jemanden im chat der da gleich darauf anspringen wird wäsche welche wäsche ich nehme an wächterwäsche und das bist dann wohl du mein leben als kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt ja als wächter wirfst du mit feuerbällen nur so um dich haben sie gesagt aber das einzige feuer das ich zu sehen bekomme ist das vom kochtopf ja ich möchte auch ganz dringend wenn ich soldat werde möchte ich einfach nur um mich ballern so darum geht es nämlich okay du bist also die arme wurst hier ja ich meine nein also jetzt schon aber später ja ja große pläne ich verstehe man wenn ich meine träume nicht mehr hätte was bleibt mir dann noch naja zumindest eine wäsche na danke das ist das erste mal glaube ich das piranha beizwäsche anspricht oder also ich glaube es gab noch nie vielleicht gab es meine rüstungsreparatur die erwähnt wurde aber dass richtig wäsche gewaschen wird gab es glaube ich hat bisher noch keine erwähnung gefunden ich habe mal wieder was zum loben gefunden jetzt müsste ich halt nur noch sehen dass da vielleicht hier weiß ich in schürze umhängt und wirklich irgendwo wächterwäsche hängt diese sind waschrauben habe ich auch noch nicht gesehen erzähl mir mehr über die wächter wir sind sozusagen der lange arm der magier alle neun in unseren reihen beginnen ihren dienst als einfacher kadett die jungs die schon länger dabei sind werden zu wächtern berufen und über den wächtern steht nur magnus unser general alles klar ich wüsste auch gerne ich mein magnus hat man ja ergibt eigentlich sind nur sind eins ist er dann in die vulkan festung nachdem man ihn aus der stadt vertrieben hat denn wäre das ja quasi das canon event der der wenn man kann und event wird quasi dass man sich den banditen anschließt nee kann ja gar nicht sein du bist doch ist doch in protektoren wir sind zwei der quatsch warum ist magnus dann nicht mal bei der inquisition und wächter wieso sollte sich mit den mit verband haben worden lassen tun ihr wisst schon bescheid was ich meine schon mal daran gedacht abzuhauen nee das will ich auch gar nicht irgendwann kommt ein neuer der meinen posten übernehmen wird aber für den moment wäre mir schon geholfen wenn jemand das lagerhaus für mich wegen würde hey du bist doch neu willst du diese aufgabe nicht übernehmen und für dich das lagerhaus auf gar keinen fall das lagerhaus wegen kein interesse ist hoffentlich kommt mit dem nächsten schiff jemand der es machen will bestimmt aber bis dahin heißt es kräftig schrauben ja ist ja nicht so dass ich eine wahl hätte irgend so die einfachen schiff reibt sich die hände ich hoffe die haben lagerhaus zum schrauben weil was ist gibt es ein problem aber wenn du elix 1 angefangen hast und dann macht mich das sehr zuversichtlich glaube ich auf meinen run das freue ich mich sogar langsam ein bisschen wenn ich das tatsächlich motiviert zum neuanfang sie mal kannst du deine stirn aus meinem gesicht nehmen roten kopfhöhlen ja es stimmt eigentlich probleme ja so ein probleme weg in eine kasse ja gut bei half life 1 hatten wir es auch haben wir schon geklärt ich hoffe da kommt bald eine verbesserung für diese scheußliche anwendungs audio aufnahme das muss korrigiert werden aber schön hauptsache die rhythmische stirn ist hier bei deinem bild du scheinst dir deiner sache ziemlich sicher zu sein und ob guck dir doch an was die magier hier auf taranis schaffen ganz egal ob die götter die welt verlassen haben wir brauchen sie nicht mehr je mehr kristalle unsere minen abwerfen umso größer wird unsere macht kannst du mir etwas über die kristalle und die minen erzählen ich weiß nicht warum die kristalle so mächtig sind aber ich weiß dass sie unseren feinden ein ordentliches loch in den pelz brennen genau darum ist die förderung von diesen dingern auch so verdammt wichtig ist haben probleme weg ja vielen dank für die info wie viele kristalle hast du in deinem besitz ich ach das ist nicht der rede wert eine handvoll und das war es auch schon woanders wird das zeug eben dringender gebraucht dann macht es dir ja sicher nichts aus ein paar davon abzugeben eigentlich nicht hier was machst du noch außer große reden schwingen bist beeindruckt was nun ich warte auf den nächsten einsatz befehl von magnus solange er mir noch keinen neuen erteilt hat bereite ich mich vor denn nur wer gut vorbereitet ist wird es hier im lager zu etwas bringen und das werde ich was hältst du von einer runde messer werfen einiges aber ich messe mich nicht mit jedem hanswurst sobald du die nötigen goldmützen mitbringst lasse ich mich auf ein kleines messer-duell ein aber merkt ihr gleich wenn ich nicht an der scheibe trainiere habe ich keine zeit für solche spielchen wird dann weiß ich bescheid zum glück bin ich noch mal reingelatscht sonst hätte ich die beiden wohl verpasst jetzt steht da wer anders an der scheibe aber ich kann mich hier mal umschauen was ist das überhaupt die 10 raus ich glaube ich dafür sogar sein und die wundern sich wer hier einfach reinkommt jetzt nicht mal ein tor oder ein tor war oder so weltsch mal mit mir noch so ein grün schnabel im lager oder die hässlichste hafen wurde die mir begegnet ist hier sind spruch ist ein spruch begrüßt du jeden neuen so nein nur die schlappschwänze okay ich habe schon genug ärger am hals was ist dein problem mit mir das reicht mir schon dann kann ich das kleine spiel ja beend spiel was für ein spiel information darum ging es mir die ganze zeit ich habe dich provoziert und daraufhin hast du etwas von dir preisgegeben mein einfältiger freund was habe ich den preis gegeben so dass er mir auf den sack geht mit seinem umgepöbel wehen nennst du hier einfältig hast du mir nicht zugehört du hast dich ja schon wieder provozieren lassen ich glaube du musst noch um einiges gerissener werden bloße muskelkraft reicht zum überleben nicht ich denke für heute hast du erst mal genug gelernt ich könnte die mit bloßer muskelkraft in die fresse hauen dann wissen ja was dir das bringt leute provozieren warum hast du dich den wächtern angeschlossen nun einerseits weil man sich einreden kann hier sicher zu sein aber der eigentliche grund ist dass man ein dach über dem kopf hat und nicht hungern muss links die ja nicht sehr überzeugt egal wie wichtig die förderung der kristalle auch sein mag keine lust dass mein arsch in den minen verheizt wird darum lautet mein motto kopf unten halten dann lässt sich's hier leben wozu benötigt jemand wie du informationen liegt das nicht auf der hand informationen sind kostbar manche können ganze kriege entscheiden darum kann man einen batzen gold beiseite schaffen wenn man die ohren offen hält du bist also reich ich wäre es bestimmt nicht mehr wenn ich es dir verraten würde hausieren jemals mit den früchten deiner arbeit alte gossen weisheit okay du bist reich was für informationen hast du anzubieten da du nicht in unseren wachdienst eingeteilt bist oder die lagerlisten führst habe ich eher wenig für dich natürlich gibt es bei den kutten trägern was zu holen aber darauf wärst du auch allein gekommen nein ich habe für dich ein anderes angebot im sinn mach ein paar goldmünzen locker und ich bringe dir ein paar tricks bei die lassen wirklich jeden in ihre reihen oder also das sind ja alles heiz abschneider das könnten genauso banditen seien hier alles die verraten mir wo ich was klauen kann provozieren einfach dahergelaufene also verantwortungsbewusst mit magie umgehen und danach bringt das eigentlich nicht was muss ich über das lager wissen du erwartest von mir doch jetzt kein vortrag oder nein denn ich denke das meiste wirst du eh selbst rausfinden was ich dir allerdings empfehlen kann ist ab und an einen blick in das hinterzimmer der taverne zu werfen dort wirst du hin und wieder jemanden antreffen mit dem du um die wette trinken kannst in der zimmer wer lässt sich hier auf ein trinkspiel ein hier rennen schon ein paar sauf nasen rum halt einfach die augen offen wenn du wirklich deine trinkfestigkeit beweisen willst dann gibt es nur einen weg sobald jemand mit der buddel in der hand im hinterzimmer der taverne steht fordere ihn heraus die bessere lieber gewinnt hat diese scheiß extra kammer wahrscheinlich hinterzimmer hätte es jetzt nicht genannt aber das wird so sein was kannst du mir beibringen was willst du wissen bringen wir bei wie ich andere provoziere das kann es natürlich nicht weit schon wieder auf f6 aber das war half life so kadet ist kein name wächter ist auch kein ich bringe ich einfach rein ich glaube noch nicht jetzt noch irgendwann versuchen eines tages wird alle großer wächter ich würde mich freuen wenn ich einen genommen magie um sich schmeißen sehen würde zumindest hier ich wüsste allerdings gerne warum die feder des huts nicht mehr rot ist und ich glaube so sah das sah der hut auch nicht aus oder hat er den vielleicht verloren es sieht nicht so aus wie starbarts hut was heißt du warst ein held sie dir doch an mein leben heute jaffer geworden matah ein meister der gnome der muss ausbilden einen jungen gnome ist das schlecht nee aber das heißt für jaffer muss er aufpassen auf schützling und ich nicht mehr kann zur see fahren bin hier gestrandet auf stinkende insel taranis misada wie macht sich dein schützling jaffer hat versagt mein pivy war zu lange unter menschen hat nie richtig gelernt von seinem matah was es heißt ein gnome zu sein wer ist ein pivy mein schützling heißt ali er läuft durch lager und erzählt jedem dass er will werden wächter ah ja den habe ich schon getroffen oh nein große enttäuschung ist jaffer kein guter matah nein den kriegen wir schon zum wächter dann lass ali doch wächter werden dann bist du den kleinen quälgeist los aber aber ali ist ein gnome kein gnome war bisher kadett general magnus hat noch nie einen gnome aufgenommen einmal ist immer das erste mal du machst scherze mit jaffer warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin anfangs waren wir hier weil gnome hier gebraucht werden jaffer hatte große verantwortung für menschen und besonders für meinen schützling jaffer heute nur noch hier weil schützling nicht will verlassen taranis ich kümmere mich um deinen ali was denn du redest mit matos dass er macht ali zu einem wächter ich denke ich schaue mir erst mal deinen schützling genauer an hat ali irgendwelche speziellen fähigkeiten die den general beeindrucken könnten ähm na ja er ist ein gnome ich sehe schon das wird nicht leicht okidoki ich warte hier so lange wenn du gerne zur see fährst ich könnte dich gut gebrauchen jemand mit deinen liebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner crew ja oh ja jaffer ist sehr geehrt zu hören dieses großzügige angebot aber jaffer ist matah und kann nicht einfach verlassen seinen schützling die frage ist er ob wir ihm mal sagen können wer wir überhaupt sind das wäre für mich interessant eigentlich werden wir doch bestimmt der rechtmäßige erbe seines hutes ich meine ich will ihm die nicht wegnehmen aber trotzdem hätte ich gerne reaktionen darauf oder so die pentition wieder dass die nachtwache hey wäsche wäsche gesehen ist überall wäsche wahnsinn hier geht es auch einfach random runter wieder die ganz sichere hinter tür stanley's truhe rostall der einfach in einem baum steckt aber ich will ali zum wächter machen ich will jaffar in der crew haben eines tages wird ali ein großer wächter ja richtig woher weißt du dein meister hat mir davon erzählt matajafar schlauer gnome du machst deine meister große sorgen kleiner nein nein nichts sorgen machen muss jaffar ich werde kämpfer sein und wirken magie ali dann stark und nicht mehr brauchen jaffar ich habe deinem meister versprochen dir zu helfen homi halpo gute sache dass ali braucht menschenfürsprecher für general magnus sonst er mich niemals aufnehmen bei den wächtern du gehst zu general sprechen mit ihm ali wird dich begleiten ja dann lösen sie das problem gleich mal hoffentlich gucke schnell laufen kann er schon mal nehmt ihr auch gnome bei den kadetten auf als kadetten du machst wohl witze gnome sind nicht gerade das was wir hier brauchen ach so aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon ja du redest doch von ali oder er will schon wächter werden seit er hier angekommen ist zugegeben der kleine hat schon viel geleistet hier im lager dann bild ihn aus na gut überzeugt mich ich habe keine zeit ihm alle grundbegriffe beizubringen zeigt mir dass der kleine wenigstens kämpfen kann und ich überlege es mir eventuell ihn zum kadetten auszubilden eventuell habe ich so auch noch nicht gehört gut dann verkloppt mich ali ich halte meine fresse für dich hin general magnus wäre eventuell bereit dich auszubilden du wirst dann zwar noch kein kadett aber hast schon mal einen fuß in der tür langsam er will erst sehen dass du die grundbegriffe des kampfes beherrscht ali kann kämpfen wie ein panter ich werde es dem general zeigen aber wie wir machen einfach ein kleines schaukämpfchen ja aber aber du bist viel größer als ali sagtest du nicht du seist stark wie ein panter ja aber du darfst dich nicht wehren sonst wird ali nicht kämpfen na schön ich lasse mich von dir schlagen bis ich am boden liege das sollte den general überzeugen gute idee du sagst wenn es losgeht ja ja eigentlich ist das mega die idee nachher wird er dann ins feld geschickt und an eigentlich nix und ich muss mal so sagen panter habe ich auch schon erschossen ok los geht's greif mich an kleiner ein bisschen dramatisch muss ich schon machen ok das dauert wirklich lange wenn ich das so mache ich glaube ich bitte schneller in feierten magnus eigentlich gerade an auch der geno mich an sag mal das ist auch der einzige kampf gegen den genomen oder den wir bestreiten könnten wird aber davon ausgehen dass das auch abgebrochen wird hier wenn ich einen schlag lande am besten erzieht mir noch alles ab das war brutal ich hätte auch kennen können jetzt habe ich das ganze provian verfressen zu speichern damit auch alles gut ist der größte mensch hat jetzt angst vor mir ja vergiss nicht das war nur spaß werde jetzt also nicht übermütig kleiner im ernst fall ist es bestimmt nicht so einfach ok homie wie sieht aus meiner ausbildung bei general ich rede gleich mit ihm homie besser bei drei mann ist der stirbt doch ich müsste hat die seele abgezogen bekommen und dem dämon werden oder so weil ich nett zu ihm bin stirbt er jetzt wahrscheinlich hört schon auf mit dem theater ich werde den kleinen ali ausbilden das ist ja eine gute entscheidung spar dir deinen kommentar sonst überlege ich es mir doch noch anders wenn ihm das gereicht hat auch wenn er offensichtlich gecheckt hat dass wir ein bisschen nachgeholfen haben hat ihm wohl gereicht was er gesehen hat ab heute ist general magnus dann meister jippie mein traum sich jetzt erfüllen ich gleich gehe zu andere gnome und erzähle davon eines tages kristallhandschuhe eines wächters mein auriculki wird sein danke homie für große hilfe jippie